Und da sind sie wieder zurück, die Left 4 Dead 2 Pro Gamer, die auf ganzer Linie total versagen. So, wir haben mal den Schwierigkeitsgrad ein Stück zurückgestellt, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Ja, jetzt könnte es vielleicht was werden. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, wird es peinlich. Sind auch die Bots mal sinnvoll. Ja, aber Eike hat eben schon gemeint, es wäre wahrscheinlich sogar echt einfacher. Wenn man zu dritt wäre, oder zu viert sogar, deshalb ist das legitim, dass wir den Schwierigkeitsgrad jetzt runterstellen. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich habe eine Idee, was hältst du davon, wenn wir das Auto betanken? Das ist also, wir müssen es ja erstmal finden. Ja, stimmt, das sieht man ja auch nicht. Aber ich fahre, nur wenn ich gekillt werde. Oder du musst mich killen, denn ich fahre. So, ich glaube, wir sollten vielleicht erst die Medi-Packs da holen. Auch eine gute Idee. Ja, ich nehme schon mal einen. Und er hat auch diesmal gar nicht rammeln gesagt. Ich bin enttäuscht. Ja, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ich glaube, er hat sich ausgerammelt. Ja. So, okay. Ich gehe mal nach rechts oben, geh du mal nach links oben. Okay. Ja, toll. Jockey auf Rochelle, super. Fängt ja wieder gut an. Ich wünsche sie nicht. Nee, ich kriege sie nicht. Ja, ein Smog erhält. Rochelle fährt. Was für noch? Diesmal müssen wir es einfach schaffen. Ja, nee. Rochelle ist ja der Meinung, abzukacken. Es ist einfach. Es muss funktionieren. Es muss einfach funktionieren. So, ich werfe hier nochmal welche runter. Ja, ich mache das auch. Das ist, glaube ich, echt am einfachsten. Oh, runterwerfen, so Depp. Der wirft dir hier nicht runter. Du musst jetzt... Genau, linken. Ja, ja, jetzt. Und ich glaube, das war noch nicht alles bei der Map. Das ist ja das Witzige dabei. Oh, das ist ja witzig. Ich glaube, da geht's noch weiter. So, wie komme ich da unten an diese blöden zwei Kanister ran? Muss ich da rüberhüpfen? Nee. Ich verstehe es nicht. Kann doch da nicht rüberspringen. Ja, ja. Das wird das Problem nachher sein. Wir brauchen noch zehn, ja. Super. Ja, gut, dass man noch so gut weiß. Und da höre ich schon den Tank grülen. Der soll mal schlimm zu Hause bleiben. Oh, Leute. Willst du noch mal nach oben gehen? Dann hole ich gerade... Ich gehe gerade nach oben, ja. Oh, Boomer. Okay. Er hat mich nicht... Aber dafür hat mich der Charter. Yippie. Werden diese, äh... Werden die Tanks auch von diesen, äh... Kotz-Kradaten angezogen? Ja, ich glaube schon. Aber ich liege und sterbe gleich. Und ein Tank, ja, super. Danke, Rochelle. Toll. Hier unten ist ein Tank. Es wird immer besser. Jetzt hänge ich hier irgendwie. Was ist das denn? Rochelle, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ist der Tank jetzt tot? Nein. Da hinten steht er. Hilfe, Hilfe. Ich bin der dümmste Idiot von allem. Ich hänge hier einfach. Wie, du hängst? Und ich liege auf dem... Ich hänge an dem Geländer. Ja, ich sehe es. Du stehst da einfach nur... Okay. Ja, mein Charakter ist so schwach, der kann den nicht selber ausgehen. Okay, wir sind... Wir haben versagt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Was, was... Also... Oh, Mann, ich will da gerade nichts zu sagen. Guten Tag. Waren wir lange nicht hier. Oh, mein Bild ist von der Wand verschwunden. Oh, ja, jetzt sehe ich es auch. Oh, ja. Ja, mir geht auch so einiges jetzt auf die Nerven mittlerweile. Das ist doch nicht wahr. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nö, hab ich noch nicht gesehen. Ich hätte da übrigens einen Plan. Wir müssen erst mal ein Auto suchen, was man überhaupt nicht sehen kann von hier oben. Immer wenn ich diese dämlichen Kalister runterschmeiße, bleiben die einfach irgendwie hängen. Ja. Wir müssen es nur finden und schon haben wir ein Fluchtfahrzeug. Was ist dein Plan? Ob er gut ist, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, so gut ist es nicht. Aber er ist dein Plan. Ich wette, der Tank ist leer. Bevor wir hier abdampfen, müssen wir erst tanken. Woframmeln. Er sagt, nichts wie raus. Dabei nicht er. Er verstellt sich doch. Das ist nicht der Coach, wie wir ihn kennen. Nee, überhaupt nicht. Und lieben. So, ich schmeiß jetzt hier erst nochmal vier runter von hier oben. Ja, macht er das. Oh, dieser Dreckskerl. Soll gefälligst one-up chargen. Ja, irgendwie... Ja, toll. Der blöde Jockey. Ist natürlich ganz klar. Und natürlich auch noch ein Spucker. Es wird immer toller. Ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Irgendwie... ...kommen da so viele... ...Special... ...Viecher. Boah, wir sind halt einfach nur schlecht. Ja, Robert, Robert, klingt doch gut. Gut, so nützt es sich, weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme nochmal einen. Und jetzt würde ich ja gerne... Ach, du Leude, ey. Ich kann schon wieder kaum noch laufen. Gut gemacht. Aber ich hole da hinten die zwei Kanister, die man sonst nicht kriegt, glaube ich. Liegt hier Medi... Medi-Bag. Medi-Bag. Auch falsch abgebogen. Appillen. Nehmen Schuss. Der Tank kommt, der Tank kommt, man hört ihn. Freude. Nein, ich bin runtergefallen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. War hier nicht nur irgendwo Medi-Dings? Ja. So. Okay. Einfüllen, einfüllen, einfüllen und versuchen, nicht auf die Dinger zu schießen. Na toll, angespuckt. Es wird immer toller. Ja, ich bin voller Kotz. Großartig, dankeschön. Ich seh... Warte mal, ich schmeiß nochmal eine Pipe, weil es so toll war. Hey, sag das rein! Hey! Oh, wo denn? Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Stirp doch, stirp. Au. Verrecke endlich. Okay, er ist tot. Warte mal, ich hole mir gerade den Nick. Oh nein, Nick ist tot. Und nein, Leute, ey. Hilfe! So, ich... Komm zum Auto. Komm zum Auto. Danke. Liegt da hinten noch eins? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, leider. Muss nachladen! Die blöde Rochelle liegt schon wieder. Hier liegt noch eins beim Nick. Ja, hopp. Ja, ich muss nachladen, Rochelle. Oh, Charger neben dir. Oh, Leute. Das ist doch wohl echt nicht wahr. Hast du den eingefüllt? Ja. Mann, Mann, Mann. Okay, sechs haben wir ja wenigstens schon mal. Da ist ein Hüpfer irgendwo. Ja, bei Rochelle. Hilf mal, Rochelle. Ach, hast du. Das ist ein besonderer... Oh, Leute. Dieser blöde... Lalalalalalalala. Hast du das Medipack genommen, was bei dem Nick lag? Und schon benutzt. Okay. Da kommt doch wohl jetzt nicht schon der nächste. Ist jetzt nicht... Ach, kommt doch, ey. Nicht nicht ernst. Okay, es scheint ernst zu sein. Okay, und es ist incoming. Ich hab mal da so einen Molli hingeworfen. Die letzten sind... ...auf der anderen Seite. Habe ich denn da hoch? Bei der Treppe hier? Ja. Irgendwie. Wie kommen wir da hin? Spitter! Hier liegen Pillen. Das war genau das Richtige. Und ich hab keine Munition mehr. Weißt du, wie man da hinkommt? Keine Ahnung. Na, toll. Wo? Ach, greifle das Ding auch an. Vorsicht, der schrift. Hat der das Ding angegriffen und ist tot? Äh. Lebt der immer noch? Ja. Ja, ich seh's. Er ist genau hinter mir. Ja, toll. Und auch noch ein Schadler. Das wird immer besser. Okay. Wir können's echt vergessen, glaub ich. Wir können's echt vergessen. Okay. Ich bin tot. Und. Partytime. Ja, total. Da kämpft er ums Überleben mit Rochelle. Ich muss laden. Lade nach. Und da ist der Hunter auf ihm drauf. Und er lebt immer noch. Oh man, wenn das jemand sehen könnte. Wie wir hier versagen. Ich lade nach. Wenn das jemand aufnehmen würde. Das wär furchtbar. Ja, auf jeden Fall. Das wär mir so peinlich. Ja. Vor allen Dingen, weil wir nicht wissen. Das klingt auch schon wieder nach nem Tank. Na, jetzt kannst du wenigstens noch mal gucken, wie man. Ach wohl, nee, kannst du nicht. Oh scheiße. Und da kotzt der Boomer rum und bam. Das war's. Ach, Helden hat gestorben. Rochelle. So, da wären wir wieder. Überraschung, Überraschung. Und warum starten wir immer mit so wenig Kackenergie? Es ist echt. Das ist super scheiße, ja. Oh, halt doch mal die Fresse. Jimmy Gibbs. Und wir müssen das jetzt schaffen. Das kann doch wohl echt nicht so schwer sein. Das kann doch wohl nicht so schwer sein, ey. Wie kommt man denn da oben? Muss man mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren vielleicht? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaub nicht, dass wir da nochmal rein können. Na gut. Also, Evakuierung ist nicht. Wer eine Idee hat, möge sich jetzt bitte äußern. Okay, sie sagen verschiedene Sachen. Unglaublich. Sowas von, ey. Ja, sowas von Junge. Ah, ja. Gut. Wenn wir jetzt losrammeln, dann muss es ja einfach jetzt funktionieren. Ja. Aber ich... Ich bin so hoffnungslos irgendwie, es gibt es nicht. Ja. Und es wäre so scheiße, wenn wir das Level überspringen müssen. Ja. Es wäre einfach nur scheiße. Es soll die Türen halten noch, das ist ja echt ganz toll. So, da unten liegen schon mal vier. Und. Da ist ein Spucker. Und anderes mit hier. Aufpassen. Oh, Uma. So, runter. Hier oben sind alle weg. Ne, warte. Da hinten. Ne. Geh du schon mal runter. Ja. Ich hole mal irgendwie da hinten die zwei. Also da unten liegen jetzt glaube ich sechs Stück oder so. Fange schon mal an. Okay. Es geht wieder los. Ja. Oh man. Nein, Jockel, das gibt es doch nicht. Jetzt bin ich hier oben wieder alleine. Verdammt. Ich bin so scheiße. Habt du da gar nichts machen? Ne, der sitzt auf mir und ja. Und sitzt halt auf mir. Wie komme ich denn mal hoch? Äh, über die Treppe. Welche? Welche? Ähm. Ich brauch hier mal Hilfe. Ach, kacke. Ne, die beiden kommen schon. Ist schon okay. Gut. Helft mir. Das ist schwer zu beschreiben, jo. Yippie, danke man. Okay. Oh, jetzt bist du allein unten. Ein Soki, warte, ich helfe dir. Ich sehe, warte mal, wir kommen runter. Irgendwie. So, wie komme ich hier runter? Na, danke. Hast du das Medikit schon genutzt? Ja, und ich bin voller Kotze. Die Viecher kommen. Irgendwo ist ein Tank. Ich hab keine Ahnung wo. Ah, ich sehe ihn. Er ist hinter dir. Lalalalalalalalalalalalalalalala. So, dann holen wir erstmal da hinten die. Und natürlich fehlen uns dann irgendwie am Ende zwei Stück wahrscheinlich. Ja. Die war aus uneklehrlichen Gründen. Ach, da liegt noch einer direkt davor. Guck mal. Oh, leider. Genau, nimm mal den da. So, und jetzt müssen wir irgendwie... Wo sind die denn da oben? Kommen wir denn da hin, ey? Alles okay? Ah, da hinten ist noch einer, wo du bist, ne? Ja. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Nimm. Ja, genau. Oh, Mann. Geh. So, jetzt müssen wir irgendwie... Wie kommen wir denn da hoch zum Teufel? Hier lang. Ach, da hinten liegt noch einer. Ja, den hole ich, den hole ich. Okay, dann gehe ich hoch. Ah, ihr dreckigen Penner. Warte mal, ich werfe da mal einen Molly rein. In Deckung. Wie kommen wir da hoch zum Teufel, ey? Wie kommen wir da hoch? Ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich seh dich, warte. Okay. Kommt einer runter von denen? Ja. Er kommt schon wieder in den Tank. Ich weiß aber auch echt nicht, wie wir da hinkommen sollen, verdammte Kacke. Und das werden von denen auch immer mehr Viecher. Warte mal, ich geh mal hier lang, aber... Okay, ich glaube, ich... Nee, hab ich hab's nicht. Scheiße, ey, das gibt's doch nicht. Leute. Leute, ey, das muss doch jetzt irgendwie hier klappen. Wie komm ich da hoch? Also ich würde ja sagen, mit dem Aufzug aus, funktioniert nicht. Scheiße, oh Scheiße. Wie soll das gehen? Ich hab' auch absolut keinen Plan. Da siehst du da eine Treppe irgendwo in dem... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich hab' irgendwo ne Idee. Ja, toll. Charger auf dir. Ja, der hat mich von hinten erwischt. Okay, der ist tot. Vielleicht müssen wir hier irgendwo... Aber... Oder doch den Aufzug. Nee, funktioniert nicht. Hier, nein. Oh nein, es ist mit mir. Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe es einfach nicht. Hier? Planlos durch die Gegend eiern. Das können wir übrigens auch sehr gut. Ja. Leute, ey, wie kommen wir da hin? Verdammt. Ah, okay, die Treppen gehen ganz weit hoch. Ich hol die Dinger. Ja, alles klar. Okay, es kommt incoming, glaube ich. Ja. Ich werfe sie von oben runter. Siehst du sie? Alles klar, mach doch weiter hoch. Hier oben brennt natürlich jetzt die Hütte. Das ist schlecht. So, alles okay. So, ich werfe wieder einen runter. Ja. Irgendwie... Kommt einer. Ja, super. Hab ihn. So, zwei Stück noch, die werde ich ja wohl da hinten noch kriegen. So, jetzt musst du... Siehst du mich? Müsstest mich eigentlich sehen, ne? Ja. Okay, einer kommt. Panda gab es nicht ran. Dann werfe ich den... Nein. Nein. Okay, den Jockey. Okay, den Jockey. Geht nicht. Ich muss den Jockey... Schieß auf den. Schieß. Schieß auf den. Wo du... Hier oben, wo ich bin. Oh, ich bin totreich. Dann renne ich von die Wand. Ich kann nicht. Der Typ sitzt auf mir. Okay, du musst die Treppen ganz hoch, aber ich bin, glaube ich, wahrscheinlich gleich... Okay, ich sitze hier und warte. Ja, beide am Boden, nur ich nicht. Und ich habe vier Lebenspunkte. Das ist doch jetzt nicht wahr. Scheitert jetzt an einem. Ja, du bist richtig. Wenn der Tank kommt. Geh weiter hoch. Immer weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Komm schon. Komm schon. Darf ein Tank hinter mir, oder? Ist egal, nein. Ja, doch, ist er. Scheiße. Das wird nix. Ne, wird nix. Kacke. Das ist nicht wahr, ey. Darf ein Tank hinter mir, oder? Nein, nein. Doch, ist er. So, jetzt einmal noch und wir gehen am besten gleich ganz hoch. Ja. Wir machen von oben nach unten. Wer ist Jimmy Gibbs Junior? Ach Gott. So, zum wievielten Mal machen wir das jetzt? Zum... Sechsten, siebten Mal? Oh Mann, ja, ja, der Elvis. Ja, ja, ja. Scheiß auf den. Der sieht wie ein Arsch aus. Sollten wir jetzt nicht lieber weitergehen? Auf einfach. Mann. Unglaublich. So, aber naja, jetzt kennen wir ja wenigstens die Umgebung und wissen, dass wir ganz hoch gehen können. Ja. Und nicht so dumme Fragen stellen wie, oh, wie kommen wir da noch hoch? Keine Ahnung. Richtig. Ey, wir könnten noch Treppen laufen. Ach, echt? Ja. Geheimtipp. Warum nicht? Hat man früher gemacht. Ja. Na gut. Also, Evakuierung ist nicht. Wer eine Idee hat, möge sein Gott, bitte. Ja. Habt eine Idee? Ich auch. Wir suchen Jimmys Rennauto, tanken es auf und hauen so weit ab. Ja doch, die hatte ich auch gerade. Und der Witz hängt mir jetzt schon zum Hals auf. Aber irgendwas muss man dazu sagen. Beim 3000. Mal wird er einfach noch lustiger. Okay, ich renne wieder ganz hoch. Ja. Dann tank du da schon mal auf, irgendwie. Ich will gleich mich selber betanken. Ja, das ist eine gute Idee. Und vielleicht das Medikit mitnehmen. Beeilung, ja. So, dann werfe ich erst mal von oben runter. Ja. Denn die sind am schwierigsten, weil die hier so abge... abgelegen sind. Natürlich sind sie genau jetzt am Durchbrechen hier. Oh Mann. Aber am Anfang sind die Wellen noch nicht so stark. Das ist ja der Vorteil. Aber man wird hier echt schon lange aufgehalten von den Scheißviechern. Das ist das Problem. Okay. Okay. Wunderbar. Okay, ich hole die anderen zwei da oben. Und da ist wieder incoming. So, ich glaube, das waren jetzt hier oben alle. Ja, der eine noch. Dann kommt sofort wieder runter. Alles klar. Okay, jetzt bin ich auf dem Weg nach unten. Und dann schmeiße ich die, die auf dem Weg sind, auch gleich noch runter. Sehr gut. So, sechs Stück sind drin. Diesmal. Und es war noch kein Tank da. Richtig, aber der kommt wahrscheinlich gleich. Dafür brauchen wir dich aber dann auch hier unten. Ah nein, okay, an die komme ich nicht dran. Da muss ich wieder... Da muss man wieder von der anderen Seite. Ja, da müssen wir von der anderen Seite. Okay. So, dann gehe ich mal hier hoch. Ja. Und tank. Ein Tank, ein Tank, ein Tank, ein Tank, ein Tank, ich sehe ihn nicht. Oh. Bei mir, der ist bei mir. Warte, ich komme runter. Okay. Okay, okay. Er ist tot. Gut, ich gehe wieder hoch. Okay, hier sind vier, aber nee, ich... Warte mal, nee, ich hole die erst. Das ist Gott, Nelke. Weg mit euch hier, ihr Scheißkerle. Echt. So, hier oben fliegen wieder welche runter. Komm, 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 komm. Ich brauche mal Hilfe. Ich brauche mal Hilfe. Ah, ich habe Rochelle hier, alles klar, geht's, 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 geht's. So, hier hinten auf der anderen Seite liegen jetzt vier Stück. Ja. Ich gehe hin, ich gehe hin. Weil sich die anderen zwei nicht abschließe gerade, nein. So, und die anderen muss ich von hier holen. Jockey auf Rochelle. Ich kann sie... Jetzt. Ja. Jawohl. Dann hilfst du mal Rochelle irgendwie hoch. Ja, bin schon da, bin schon da, bin schon da. Ich werfe mal eine Pipe dahin, weil ich glaube, es ist ja incoming. Wir sind zu früh. So, die anderen fliegen ganz weit hier hinten runter. Ja. Oh, Mann. So, ich habe einen erwischt, ich habe auch, wenn einer erwischt, kann man Rochelle nicht dran. Bist du in der Nähe? Warte. Scheiße, 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 scheiße. Ja, ja, das ist wirklich scheiße, du hast ein Defi, oder? Ja, ich habe ein Defi einstecken. Wo ist die? Oh, Hunter, Hunter. Warte, ich brauche mal Munition. Da hinten liegt die Rochelle, oder? Nee, da hinten sind Kanister. Rochelle war ganz in der Nähe eigentlich. Warte, ich sehe sie, glaube ich. Ah, da liegt sie. Aber ihr müsst mir irgendwie... ...den Rücken freihalten. Scheiße, ich liege auch gleich. So, komm schon, Rochelle, komm schon, komm, 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 komm. Jawohl, ich habe sie. Oh, oh. Gut, gut, gut. So, ich... Eins noch. Dann holst du dir. Ah, der Nick hat auch nur eins. So, und jetzt wurden wir da hinten die zwei Kanister mal. Hab schon einen. Okay, dann hole ich den, der oben noch liegt, da ist ein Tank. Ja, mach das. Tank? Tank ist... Ja, ist tot. Oder? Echt? Ja, ist tot. Oh, schnell. So, ich... Nee, der ist doch noch da. Ist er echt noch da? Nee. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo hier noch Kanister sind. Hier liegen nur noch zwei. Ach, wir brauchen nur noch zwei. Jetzt kommen wir... Ja, wir brauchen nur noch die beiden. Ja, komm schon, komm schon. Ich nehme auch noch einen. Hab einen. Ja, komm schon. Oh, beschützt mich. Smoker, Hilfe, Hilfe. Hilfe, warte. Oh, wo sind die Leute? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Jetzt haben wir es geschafft gleich. Komm schon. Komm schon. Weg, 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 weg. Einsteigen. Ja, ja, ja. Ich heule, wir haben es geschafft. Oh, geil. Endlich. Imaginäres High Five. Auf jeden Fall. Überlebende. Endlich. Ja. Eine Stunde, 26 Minuten. Was, okay. Anzahl Neustarts nur sieben. Du bist zehnmal gestorben. 15 Mal außer Gefecht, ey. Neun Schmerz, bitte. Danke. Molotow Cocktail, so ne... Ach, du hast Kotzdinger geworfen. 50 Nahkampfkills. Ha. Hat am wenigsten Schaden... Oh, ich hab am wenigsten Schaden erlitten. Ja. Und du hast die Bitch am meisten gestört. Die blöde Bitch, ey. Ja. Und die meisten Top Shits waren gut. Unsere Genauigkeit. Ja, die rockt total. 2578. Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Sehr gut. Und wir sind wieder zurück in der Kampagnen-Lobby. Und es wird Zeit, diese Todesfolge zu beenden und dieses Level endlich hinter uns zu lassen. Oh ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in einer neuen Kampagne. Also, bis denn. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.